Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu Trashingen Themen und diesmal geht es mal wieder um Johnny Depp. Wenn euch das Thema hier interessiert, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich vermute, es könnte auch sein, dass dann eine Playlist jetzt kommt, weil, ja, einige interessiert das Thema und ich möchte hier auch so ein bisschen Vielfalt auf diesem Kanal schaffen, dass man auch über solche Themen hier mal spricht, die ich persönlich auch sehr interessant finde. Also könnt ihr das gerne mal unten mir sagen. Ansonsten kurz was in eigener Sache. Ich habe jetzt diesen Thanks-Button. Ich mache nochmal hier eine kleine Erwähnung. Also wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, weil gerade solche Videos hier nicht immer werbefreundlich sind, dann könnt ihr das in Zukunft mit diesem Thanks-Button machen. Danke an alle Leute. Ansonsten geht es jetzt um Amber Heard, die sich dachte vor Gericht, Mensch, das wäre vielleicht ganz clever, meine eigenen Thesen zu untermauern mit einer alten Geschichte aus den 90ern. Und die Älteren von euch, zu denen ich auch gehöre, die in den 90ern schon aufgewachsen sind oder gelebt haben, die können sich vielleicht erinnern, dass Johnny Depp auch mit dem Supermodel Kate Moss eine Zeit lang liiert war. Und da gab es auch so ein bisschen Gerüchte, dass das da auch nicht immer so ganz harmonisch war. Beide haben allerdings immer sehr positiv im Nachhinein übereinander gesprochen über die Beziehung und was Johnny, also Kate, war von Johnny begeistert und Johnny auch von Kate. Und das war wirklich so, wie man sich in der Öffentlichkeit eigentlich zu trennen hat. Auch wenn das dann vielleicht intern anders aussah, finde ich so, finde ich das gut, dass man im Nachhinein sagt, nach einigen Jahren, Mensch, da waren auch viele Sachen toll. Ich wünsche dir alles Gute und ciao. Wow, ja, ich habe das nicht nötig, jetzt ein paar Promiflash-Artikel zu haben. Amber Hurt dagegen dachte sich, Mensch, ich habe doch da so ein paar Gerüchte damals, das war ja auch schon mal Thema. Da könnte ich ja quasi auch damit rechtfertigen, was ich so für Blödsinn gebaut habe, dass ich den Johnny da auch mal eine gezimmert habe und Co. Da könnte ich das ja quasi dann auch noch mal aufziehen, dass ich ja Muster sei, ja, ja, und dann quasi auch andere Frauen schon unter ihm gelitten haben könnten, ja. Und das könnte jetzt allerdings Amber Hurt im Umkehrschluss wieder um die Ohren fliegen und das finde ich sehr schön. Ich bin da ganz offen mit euch, ich bin Team Johnny, ja, auch wenn man da natürlich jetzt Aussage gegen Aussage hat, dann müssen wir auch erst mal abwarten. Mir ist die allerdings von der ganzen Mimik meiner ganzen Person absolut sympathisch. Ich muss sagen, ich finde Johnny Depp ist auch einer der besten Schauspieler, und dann bin ich natürlich so ein bisschen, ja, vielleicht auch parteiisch, aber ich versuche es dennoch relativ fair hier mit euch durchzugehen, das Thema. Ich möchte hier auch ein Artikel aus dem Stern mit euch mal ganz kurz einen Auszug zeigen, warum das jetzt vielleicht, ja, ein bisschen schwierig sein könnte, was jetzt hier so passiert ist. Und hier ist nochmal das Thema Kate Moss und Johnny Depp. Kate Moss und Johnny Depp waren in den 90ern viele Jahre lang liiert. Also es war eine längere Beziehung, die Beziehung soll turbulent gewesen sein. Heute sprechen die beiden in guten Tönen voneinander, so erzählte Moss in einem Interview mit der Zeitschrift Vanity Fair, auch ein ganz großes Magazin, das kennen viele, denke ich von euch, 2012, dass Depp eine ihrer Vertrauenspersonen war. Es gibt niemanden, der sich jemals wirklich um mich gekümmert hat. Johnny hat das eine Zeit lang getan. Ich habe geglaubt, was er sagte. Wenn ich zum Beispiel fragte, was soll ich tun, sagte er zu mir, und das hat mir gefallen. Als ich gegangen bin, ich habe wirklich das Gefühl verloren, dass ich jemandem vertrauen kann, sagte sie damals. Also wirklich sehr positive Worte, ja. von Kate Moss, dem Supermodel der 90er. Was macht die eigentlich heutzutage? So ein bisschen ruhiger geworden. Und da kommt hier noch eine zweite Passage, die ich persönlich sehr spannend finde. Bereits 2020 hatte Amber Heard bei einer Befragung Kate Moss' Namen ins Spiel gebracht. Das Supermodel selbst hat sich bislang nicht zu dem Verleumdungsprozess ihres Ex-Freundes geäußert. Die Bekannte, das Bekannte, nicht die Bekannte, oh Gott. Das Bekannte in dem Moment. Als Hörd im Zeugenstand Moss erwähnte, regte Depps Anwalt seine Faust hoch und lächelte. Auch Johnny Depp selbst grinste. Ein Video davon ging viral. Und ja, durchaus ist es ja sehr spannend. Also ihr könnt das ja live mitverfolgen. Also wer das noch gar nicht weiß, es gibt hier Livestreams auf YouTube und Co. Wenn ihr jetzt Satellitenschüssel habt oder generell, gibt es auch, glaube ich, ein paar Fernsehkanäle, die auch immer mal berichten drüber. Also außerhalb der Gossip-Magazine gibt es da, glaube ich, auch Möglichkeiten. Aber bei YouTube ist es relativ easy zu finden. Und ich fand es persönlich auch sehr spannend. Deswegen wollte ich das hier vielleicht auch als Playlist machen. Ihr könnt gerne mal unten reinschauen. Spamt da wirklich Kommentare mal voll. Das wäre wirklich sehr lieb. Weil wie gesagt, das sind so Videos, die sind jetzt nicht so gut geklickt. Und dann würde ich schon gerne sehen, dass da so eine Community da ist, die sich da auch brennend interessiert. Denn ich finde das jetzt, was auch alles teilweise dabei rumkommt, spannend, ja, an Gossip, ja. Weil wer da alles theoretisch mal geladen wird, ja, ob es ein Tesla-Chef Elon Musk ist, ja, jetzt eine Kate Moss und Co., andere Schauspielkollegen, die mit Amber Heard oder mit Johnny Depp mehr oder weniger befreundet sind, ja, oder auch verfeindet, durchaus spannend. James Franco, auch ein Schauspieler, hatte dann ja nicht so Lust drauf, dabei zu sein. Zumindest habe ich das jetzt gehört, der war da nicht dort erschienen. Der sollte ja dort auch nochmal quasi dabei sein und aussagen. Vielleicht kommt das noch. Ihr könnt mich auch gerne so ein bisschen da auf dem Laufenden halten, wenn ihr da Lust habt, ja, mitzumachen. Ist das immer cool, ja. Also, wie gesagt, ich kann nicht jeden Artikel lesen zu dem Thema, weil da sehr viel drüber international und auch im deutschen Raum geschrieben wird drüber. Aber ich fand das jetzt sehr, sehr interessant, die Kate Moss-Geschichte jetzt nochmal auszupacken. Ist ja auch schon so ein Move, ja, schwierig, gerade wenn das jetzt so über 20, 25 Jahre her ist. Hm, gut, muss man jetzt so eine alten Kamellen ausgraben. Auf der anderen Seite wiederum kann man natürlich definitiv sagen, dass man jetzt, ja, eine weitere spannende Geschichte über den Fall hat. Und ihr könnt gerne auch mal unten reinschreiben, wie ihr das generell jetzt momentan seht. Also, es sind auch Leute, die jetzt Amber Heard hier verteidigen, in den Kommentaren gerne gesehen. Mir fällt allerdings jetzt nicht so viel ein. Ich habe ja jetzt schon zwei Videos zu dem Thema gemacht. Und das erste Video hat ja auch so ein paar Punkte aufgezeigt, dass da auch einige aus dem engsten Umkreis eher Johnny Depp unterstützt haben, beziehungsweise ziemlich deutlich unterstützt haben. Und klar gab es auch Videomitschnitte und Dinge, wo Johnny Depp auch nicht so ganz koscher war. Und dass er dem Alkohol sehr zugetan war und dem Wein. Das hat man zum Teil auch gemerkt. Da könnte man natürlich aber auch wieder darüber philosophieren, ist das dann so fair, ein so schwacher Moment als Partnerin heimlich mitzufilmen? Und ich würde sagen, es ist daneben. Und so wie ich sie jetzt empfunden habe, muss ich sagen, ist sie mir absolut unsympathisch. Von der ganzen Mimik, von der ganzen, wie sie da sitzt, wie sie argumentiert, was sie für Sachen bringt. Und auch die Anwältin halte ich für ziemlich schlecht. Die hat ja teilweise auch, als einige Zeugen vor Ort waren, ziemlich viel falsche Dinge getan, wo man sagen muss, also wie kann man denn solche Fragen ja teilweise den Leuten stellen und dermaßen die Strategie pharmazehen? Also deutlicher kann man es jetzt nicht sagen. Das ist mir auf jeden Fall noch so im Gedächtnis geblieben, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachdenke. Also sorry, falls ich jetzt so ein bisschen in Stocken geraten bin, aber da sind mir noch so ein paar Bilder am Kopf von den Livestreams, die ich jetzt so gesehen habe, wo ich gesagt habe, also uh, was macht die denn da für ihr Geld? Die wird ja wahrscheinlich einen Haufen Kohle da bekommen, wahrscheinlich auch beteiligt werden, wenn da irgendwie Gelder fließen. Also das ist doch der Wahnsinn, ja, was da teilweise getrieben wird. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Wie gesagt, ich bin da für Anregungen in den Kommentaren jederzeit offen. Ihr könnt da gerne Ergänzungen hier auch reinschreiben. Auch generell, ja, Lob und Kritik ist gern gesehen. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich fand das auf jeden Fall sehr spannend, was jetzt in diesem Artikel vom Stern drin stand. Und ob jetzt Katmos wirklich kommt oder nicht, werden wir sehen. Aber durchaus spannend und auch lustig, dass jetzt der Anwalt von Johnny Depp und auch Johnny Depp das ziemlich gelassen sehen. Ihr könnt sehr gerne auch noch reinschreiben. Was ihr da, vielleicht haben die ja auch schon Ass im Ärmel. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das recht interessant noch wird. Und das ist jetzt das Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lass gerne ein kostenloses Abo da. Und bis dann und ciao, ciao.